Und hier? Die Wichter sind hartnäckig Noch wer spielen? Ihr müsst schon rauskommen Ich komm nicht raus Scheiße Ach man, oh Ich glaub es kommt nochmal ein Gegner wo man die Peitsche wieder einsetzen kann Jetzt suchen wir uns einen richtigen Kampf Ich glaube ich werde gleich mal eine Aufnahmepause machen So Ich weiß gar nicht wie spät es ist Oh Mann, wo kommen die denn immer alle her? Ich bin immer so leise Ich bin immer so leise Eine Ladung habe ich noch Und die ist für dich Boah, das war so cool eben Aber gab nur 10 Punkte Mann, wie viele die aushalten? Bald habe ich keine Muni mehr Oh der, der ist weg Schade, dass Feuer gestorben ist Schade, dass Feuer gestorben ist Die Haare hatten wir doch nie gehabt, die Zeit Ich war doch schon nie auf unserer Seite Kommen wir mal Muni Neu Ladung freischauen 2.800 Boah Jetzt lieber mal noch Eins davon Und hier 24 So Ist die der komische Commander eigentlich noch hier? Oh 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 Scheiße Oh Ichi Steh doch nicht immer im Weg Ichi Ichi Warte, ich komme Soll ich das machen? Okay Kann doch noch ein bisschen schießen Oh Oh hoffentlich treffe ich Oh Scheiße ey, ich sehe gar nichts mehr Boah Erstmal ausmüchtern Ah 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 bitte Dein wichskopf auf dem Weg für den Engel Oh Oh Ey, mit dem Fässer komm ich überhaupt nicht klar. JEEHAA! JEEHAA! Wo kommen die denn alle her? Die könnten ja auch mal ein bisschen leise sein, dann würden die es uns viel schwerer machen. Aber nein! Ey, immer einen auf Kingston machen! Wisse! Böse! Was ist das? Böse! Ok, ich bin jetzt mal leise. Was ich keine Ahnung fand, nicht, Punk! Autsch! Au, au, au! Was muss man so wehtun? Oh yeah! Hallo Baby! Autsch! 10.000 Männer, Frauen und Kinder umgebracht. 10.000 Unschuldige. Hast du gehört, Ishii? 5.000 mehr als beim letzten Mal. Was sollte das überhaupt? Ihr wart total unterlegen. Warum habt ihr keinen Warpsprung gemacht? Wir hatten keine Wahl. Bei dem Kopfgeld auf uns mussten wir die Ulysses ausschalten bevor. Hey! Ganz ruhig. Lass uns reden. Es wird doch mal geredet in dem Spiel. Wo wird er abgeholt? Ishii ganz ruhig. Wirst du uns helfen? Hey! Lass den Scheiß! Wir wollen doch nur von diesem Felsen runter. Es ist viel zu gefährlich für dich allein, Schwester. Wir bringen dich zum Evakuierungspunkt. Du bringst uns hier weg. Ist doch fair. Ja. Aber wenn ihr mich nochmal anrührt, seid ihr tot! Los geht's! Hey! Beholt dich wieder! Klar, wir können ihr nicht trauen. Aber wir brauchen sie lebend. Ich traue keinem von euch. Und ich werde jeden von euch abknallen, wenn ihr mich hintergeht. Es tut mir leid. Okay. Prima. Verschwinden wir. In Ordnung. Was für ein Scheiß. Hm. Uiuiuiui. Es geht richtig zur Sache hier. Gut. Ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Hallo und willkommen zurück zu Bulletstorm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder irgendwie ein Spiel finden. Wie weit sind wir denn jetzt gekommen? Ich glaube, wir haben schon diese komische... Ja. Wir haben die Toaster schon befreit. Super. Und jetzt geht es weiter. Ich freue mich auch schon. Juhu. Ladies first. So sieht es aus. Mal sehen, was jetzt noch alles auf uns kommt. Lass ja ein kranker Ära. Mach denn sowas. Creeps und Skulls sind im Krieg. Skulls? Menschliche Gang. Dämliche Tribal Tattoos und fehlende Fantasie. Es gibt nichts mehr zu essen, also halten die Skulls die Creeps wie Vieh. Die Creeps wollen sich rächen und massakrieren alle Menschen, die sie finden. Hm. Aber ich glaube eher, das soll Kunst sein, oder? Hoppala. Na los, glaub ich sie. Und wieder eine Versorgungskapsel in der Nähe? Super. Ich weiß nämlich gar nicht, was wir gerade alles ausgerüstet haben. Na, gucken wir mal. Aha. Ja, das scharfste Sitzengewehr weiß ich nicht, ob wir das jetzt unbedingt immer brauchen. Aber ich denke mal, ich nehme es einfach mal mit. Was machen wir denn da? Ja, wir schalten mal die Lad... Ach so, scheiße. Zu teuer. Hm. Wir haben ganz schön wenig Punkte. Ne, dann lassen wir das mal. Und beschränken uns auf die Shotgun, auf die Pistole und auf unser Maschinengewehr. Ich kaufe ein bisschen Muni. Genauso wie hier. Und auch bei der Shotgun. Oh. Gut. Weiter geht's. Das hört sich jetzt schon wieder gut an. Ah, mein erster Kopfschuss. Fängt schon mal gut an. Oh, jetzt brauche ich wieder das Ding. Dann konzentrieren Sie sich wenigstens nicht auf uns. Das werden Sie noch. Der einzige Weg führt dazu. Hallo? Kann ich die nicht nehmen? Doch. Er kommt ja. Na komm! So was passiert! Was soll das sein? War's das? Nee, nein. Dass die auch so gute Reaktionen haben, ist echt verwunderlich. Es sind doch auch nur Menschen. Lecker. Voller. So. Mann. Hallo Ichi. Autsch. Waren wir hier schon? Gibt's hier was? Achso. Na geh doch mal. Ich vermisse in dem Spiel vielleicht ein paar Minispiele. Vielleicht irgendwas zu hacken wie bei Bioshock zum Beispiel oder so. Das wäre zum Beispiel auch cool. Ich glaube das würde das Spiel noch ein bisschen interessanter machen. Noch mehr Skulls. Ja. Halte benutzen. Ja. 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 Ich glaube das müssen einen keinen Blackiker wie bei Bioshock. Ja. Ich kane erst einen kleinen T迷 des describe- Ich komm' mir überhaupt nicht klar. Ich bin immer noch ein bisschen verpeilt, ey. Wo sind die denn? Ich hör' die ganze Zeit was. Hm. Also Weiblein, dass du sowas sagst. Ist der schon tot? Ja. Yeah. Hallo. Ja. Schön, dass die so weit fliegen bei der Shadgan. Yeah. Oben ohne. Ich könnte mal hier wieder so'n Ball benutzen, aber da drin bin ich total schlecht. Ja. Ey. Aua. Was machen wir jetzt eigentlich? Müssen wir jetzt diesen komischen Commander suchen? Weil der hat ja irgendwie auch auf dem Planeten abgestürzt. Oder wie läuft das jetzt hier ab? Oh. Ich dachte, du wärst Ichi. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Commander auch noch kommt. Also dieser... dieser komische Typi. Haha